Ich begrüße euch bei einem neuen Video hier bei ZEGFISHING WELTS. Der Manfred begleitet mich immer noch und in dieser Ausgabe möchte ich mal was wirklich Interessantes besprechen, und zwar das Spot-Hopping. Was ist sinnvoller? Sitzenbleiben, Moven jeden Tag. Wir sind hier im Drill mit einem richtig starken Fisch bei strahlendem Sonnenschein. Alles weitere dazu, hoffe ich, kann ich euch später erklären, wenn wir das Ding hier im Boot haben und versorgt haben. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. 4. Schreilt die Rolle. 5. End rein. der fisch ist jetzt fast fertig zur landung aber ich will mir noch mal das erste was daran wichtig ist die rute liegt 24 stunden auf dem spot deswegen hat man jetzt einigermaßen zu tun weil immer noch sehr viel pappeln im wasser sind dass wir die immer abzupfen weil das verklumpt dann so aber sagen wir jetzt manfred und ich einigermaßen gut hinbekommen und die spekulation ist richtig gewesen die fressen tagsüber gerade die besseren fische dann kommt gleich noch das nächste dazu wir sind in der ersten test woche von den neuen posen beziehungsweise in kein neuen posen ist nur eine experimentierphase mit farben und die hat sich jetzt auch schon wieder durchgesetzt und welche das ist das seht ihr jetzt 15 uhr bei strahlendem sonnenschein läuft hier ein geiler fisch ab auf der sandbank und warum der ein bisschen für uns besonders ist erzähle ich euch gleich erstmal petri manfred schöner fisch ja warum sollte dieser fisch für uns besonders seien fische mittleren kategorie zwischen 1 50 und 1 60 und warum nehme ich mir dieses thema an das ist ein thema was extrem schwer zu erklären ist das ist kein film wo man viel zeigen kann denn es geht um dieses fingerspitzengefühl wie beangele ich einen platz wie lange beangele ich einen platz wann beangele ich einen platz und so weiter und für mich selber gibt es sogenannte schlüsselfische schlüsselfische sind im prinzip nichts anderes wie dass ich ein gefühl habe für irgendeine sache was gehen könnte dann probiere ich das und auf einmal kristallisiert sich was raus und wenn ich dann merke das funktioniert gibt es diesen einen fisch und dann stelle ich das andere um und konnte sehr oft dann meine touren verbessern beziehungsweise meine fänge dann nach oben schrauben und darum soll es in diesen ja etwas anderen zackfisch in welts video mal gehen und diesmal ist es halt so dass ich heute dieses beispiel wirklich perfekt dafür nutzen kann und da suche ich mir jetzt hier mal eine etwas schattige stelle ihr merkt sie soll nicht halt noch sehr bin da hinten mit mecky unterwegs die ruten sind natürlich jetzt wieder scharf gehen in die abendämmerung hinein und ich möchte mal die minute nutzen um mal erklären worauf es da wirklich ankommt ohne jetzt immer stundenlang euch irgendwelche filme dazu zeigen mit monster fischen oder sonst irgendwas ja hier mal einen richtig schönen platz rausgesucht auf der sandbank und es geht wie gesagt bei diesem film um ja die engländer sagen dazu watercraft dass es ein ganz viele punkte gibt die wichtig in der fischerei sind die man aber sehr oft schwieriger erklären kann wie eine montage wie ein knoten oder wie ein absetzen der route und das geht um dieses gefühl wann beangele ich einen platz das ist wirklich elementar wichtig welche tageszeit nutze ich um welche gebiete zu beangeln und das hängt halt damit zusammen fressplatz ruheplatz das raus zu kristallisieren in der phase wo man an seinem gewässer unterwegs ist und sich dann festzulegen das ist nämlich gar nicht so einfach es gibt viele bereiche die die fische nachts aufsuchen zum fressen tagsüber aber ganz woanders sind und natürlich gibt es ja auch umgekehrt und damit fängt das schon mal an das sind immer so bereiche was sehr oft zu kurz kommt man sieht sehr viel wie gesagt über diese theorie aber das was in der praxis wirklich wichtig ist ist wie gesagt erstens mal für mich selber schwer umzusetzen was soll ich euch da am video zeigen ich gehe mit euch auf eine sandbank angel und dann denken viele sandbank da fahren wir jetzt hin da läuft es nein ihr könnt überall hier am grande fiume po zum beispiel einen 100 kilo fisch fangen das ist immer mein bestes beispiel daran aber die bedingungen müssen für den jeweiligen bereich und platz passen und das ist immer wieder das was mir sehr oft bei vielen anglern die ich am fluss treffe fehlt die haben dann so ein bisschen den platz will ich waren in dem platz will ich waren in dem platz will ich waren gerade leute die öfter in den revieren unterwegs sind dann gibt es die neulinge die nur aus der struktur heraus einen platz beangeln auch da werden jetzt viele denken ja klar ist doch die struktur aber das ausschlaggebende ja und nein zugleich denn es gibt ganz viele bereiche die eine interessante struktur haben die ich aber nicht befische das klingt vielleicht jetzt für viele da draußen wieder blöd aber das hängt auch mit dem angeldruck zusammen denn die topfische die in einem gewissen bereich fressen sind sehr oft gerade im verlauf einer angelsaison verprellt und es ist ein ganz anderes angeln ende juli august wie im märz obwohl es eventuell sogar dieselben plätze sind und das ist immer wieder das was sehr oft nicht euch erklärt wird viele denken dann geil jetzt hat er das so gefilmt dass ich weiß wo das ist jetzt kann ich das auch umsetzen es hängt dann wirklich mit diesen wirklichen feinheiten zusammen wo setze ich dann die route hin und für uns hatte ich euch ja gesagt den fisch den manfred voll empfangen konnte wir hatten gleich danach noch ein biss dass der für uns ein bisschen besonders ist in dieser tour und das hängt halt damit zusammen dass wir geangelt haben und haben es so gemacht allein auch schon aufgrund der großen hitze dass wir gesagt haben wir packen frühs wieder zusammen das war meistens so gegen zehn uhr haben neuen platz uns gesucht und haben jeden tag einen neuen platz gemacht und da mache ich ja ganz gerne so fangen zum beispiel auf einer sandbank anfangen da nichts oder wenig in unserem fall war es ein kleiner fisch abgesagt okay wir gehen in die steinpackung weil dort wahrscheinlich die fische liegen teilweise konnte ich sie mit dem echolot sehen dann sind wir in die steinpackung hinein das hat uns aber auch nichts gebracht dann sind wir in den naturufer wo aber aktuell die wasserstände sehr sehr niedrig sind ich habe dann aber trotzdem gesagt mensch da liegt holz vielleicht ziehen sich doch die fische darin zurück nein auch das war nichts und mir ist es am dritten tag aufgefallen was ich sehr oft und sehr gerne macht dass ich mich einfach mal abtreiben lasse und beobachte wirklich strömungsverläufe das gewässer und da ist mir halt aufgefallen dass der fluss zwischen 15 bis 18 20 uhr maximal lebt und leben heißt ich habe nicht ein weil er da gehört sondern ich habe halt die eschen gesehen und das hat mir extrem aufgefallen natürlich sieht man am pro eschen aber es war halt eine andere aktivität und das ist das was ich gemeint habe und ich habe dann gesagt die fisch habe ich das gefühl fressen tagsüber das müssen wir mal probieren und wo suche ich dann ich suche dann nicht in der steinpackung die vielleicht tagsüber gut ist für ein welz weil die dort liegen sondern habe dann die fische da gesucht wo man am ich möchte mal sagen nicht unbedingt am liebsten sitzt bei gefühlen 50 grad und das ist halt eine sandbank eine relativ flache aber ich habe mich dann für diese bereiche entschieden weil die voll waren mit eschen und dann wie gesagt konnte manfred dann diesen fischstamm fangen und das nächste was ganz wichtig ist es ist an jedem gewässersystem gleich ihr müsst jeden stein in euren gewässern kennen und auch genau deshalb mache ich sehr sehr gerne und bleibe in ein revier auch dazu habe ich schon in einem oder anderen podcast gemacht dass ich mir sage wenn ich zum beispiel eine woche an den gewässern unterwegs bin ich nehme mir circa sechs bis sieben tage zeit und in dieser zeit nämlich mehr maximal beim fluss der für mich neu ist zehn flusskilometer vor und in diesen zehn flusskilometern habe ich so viele möglichkeiten darum zu zwitschen von steinpackung auf dies auf das andere boonen egal wo ich unterwegs bin ich fange mit denen an wo ich augenscheinlich das beste gefühl habe sucht mir aber nebenbei quasi schon wieder ecken raus die so ein bisschen monoton wirken so ein bisschen wo man denkt da angeln vielleicht doch nicht ganz so viele wo halt eben noch gras wächst weil es nicht niedergetrampelt ist wo man nicht gleich mit dem auto bei kommt und so weiter darauf achte ich dann schon aber das mache ich dann erst im wochenverlauf wenn ein gewisses gefühl für das gewässer wo ich unterwegs bin bekomme beziehungsweise dann habe wie gesagt das sind alles so punkte die in dem video schwer zu erklären sind ganz schwer und sehr häufig machen die leute den fehler gerade wenn sie jetzt eine woche zeit haben zum angeln die fahren einmal dorthin weil sie was gehört haben packen früh zusammen fahren dann wieder an ihren ausgangspunkt hören da wieder was neues und wechseln dann immerzu hin und her und sehr häufig sind halt wirklich feinheiten kleinigkeiten das können schnurwinkel sein wenn ihr halt frühes feststellt dass ihr viel gras gefangen habe in der jeweiligen situation kann es durchaus sein dass der platz gut war aber dass das bisschen schon gereicht hat dass der bis eben ausgeblieben ist und das muss ich optimieren auch dazu ein ganz wichtiger tipp noch mal auch wenn der vielleicht banal klingt aber holt frühs eure ruten mit dem boot auch wieder rein ich habe ganz häufig leute die ich sehe die ich kenne die ich mit denen ich mich unterhalte dann sage ich und wie waren eure köder waren die noch fit ja die sind dann runter gefallen weil die dann anschlagen teilweise mit zwei umlenkern also ein stein und dann nochmal umlenker dann brauche ich schon ein bisschen druck und so weiter und so fort und dann ist die gefahr extrem groß dass ich den herausreiß das kann sein dass ich den anschlag wo ich den stein abgerissen habe verloren habe es kann aber auch sein dass der zur besten weiß phase in den morgenstunden schon gar nicht mehr drauf war und so was muss ich wie gesagt wissen und diese spot hopping da muss man wirklich konsequent bleiben auch wenn ihr dann hört die fangen da irgendwo wirklich gute fisch das mag alles sein aber dann hört euch lieber nur an wie fangen die beziehungsweise auf welchen strukturen sand lehm und dann sucht ihr euch nicht die plätze raus wo die gefangen haben sondern andere strukturen weil auch so viel sollte jedem klar sein wir können immer nur die fische fangen wie in den jeweiligen gebiet zur jeweiligen zeit fressen und deswegen ist es halt so ein schwieriges thema was man gar nicht so einfach untermauern kann mit irgendwelchen video sequenzen aber was dennoch in meinen augen extrem wichtig ist dass ich den angelplatz einmal wähle auf die situation und bedingungen vom wetter wasserstand her die mondphasen auch ein riesenthema die beißzeiten wie sich das im jahresverlauf ändert von den uferkanten raus ins mittelwasser ins freiwasser hinein und so weiter und so fort und mir ist es wichtig weil ich dieses format jetzt mit hannes hier auf youtube oder auf der z plus app nummer bei steuer euch ein wissen an die hand zu geben was ihr immer und überall einsetzen könnt und wenn man viel draußen ist kriegt man irgendwann ein gefühl für das was man tut ich denke so was ist alles lärmbar ganz wichtig wenn ihr an ein gewässer kommt wenn was gefangen wurde nicht die fischgrößen sondern wie topwater grundnah auf welche köder ganz wichtig auf welche köder auf welchen strukturen welche wassertiefen nehmt euch für eure angelzeit die am gewässer seid auch für euer heimgewässer ganz wichtig einem bereich vor wo ihr wirklich bleibt und ein bereich ist bei mir dass ich nur teilweise die seiten wechsel teilweise nur 3400 meter move was für viele außenstehende wirklich bescheuert aussieht wenn ich auf einer riesen sandbank sitz und ender aber 500 meter auf einmal weiter das hat sehr oft was mit schnurwinkeln zu tun in dem letzten video das hatte ich euch gezeigt mit diesen umlenken mit dem bambustäben in der sandbank das sind halt so phasen weil wir nachts da nichts weiter hatten war es dann halt so dass dieses gefühl da war dass unsere montagen zu spät am spot waren und dann ist selbst nach einer nacht die ja sie war nicht ganz erfolglos aber natürlich auch nicht immer das was man sich erhofft hat dann auch mal sinnvoll sein kann sitzen zu bleiben ganz wichtig nicht rein fahren sondern sitzen bleiben ich mache das ganz gerne so wenn ihr mit einem kumpel unterwegs seid der bleibt sitzen am besten frühs alle routen kontrollieren gucken wie sind die köder was habt ihr an dreck gefangen etc die köder werden neu gesetzt vom kaffee trinken dann mache ich kaffee so mache ich sehr gerne lasse dann einen sitzen bei mir sehr häufig der vorteil ich habe gäste dabei da können sie auch mal zwei sein damit sie nicht so langweilig wird und nutze dann gute ein oder zwei stunden um mich in dem gebiet wo ich bin noch mal genau umzusehen wie ist der wasserstand gab es neue bereiche die sich erst jetzt rauskristallisieren und so weiter sehe ich fische lohnt es sich jetzt auf diese fische zu angeln alles hochzuholen und dem fischen ja auf deutsch gesagt das auf den kopf zu legen in der hoffnung dass ich ein aggressions bis auslöse und ich mache es ganz gerne so ich move meistens späten nachmittag auch nie frühs die besten phasen sind sehr oft bis mittags nachmittags 14 15 uhr sehr häufig jetzt aktuell denke ich ist es eher der nachmittag und auch dies hängt sehr häufig mit vollmond phasen zusammen beziehungsweise in der phase wo der mond zunimmt ist es sehr häufig schon so dass die beißzeiten sich nach vorne verlagern wenn der mond dann wieder durch ist was bei mir sehr häufig so dass die beißphasen dann er wieder in den morgen stunden wenn es hell wird anfangen und dann meistens wieder so bis mittag gehen ihr seht also dass es ein großes thema ist was gar nicht so einfach abgearbeitet werden kann und ganz schwierig zumindest für mich ist das euch auf dem video zu erläutern damit ihr wirklich was davon habt ich möchte euch aber dazu animieren gerade auf den youtube channel habt ihr die möglichkeiten uns fragen zu stellen beziehungsweise wo soll man dann noch mal genau einsetzen mondphasen beißphasen und so weiter und so fort und dann immer wieder ganz wichtig ich will euch nicht plätze zeigen zeigen wohin die ruten kommen und dann wird das nur abgeangelt sondern dieses verständnis euch mit auf den weg zu geben was ihr dann selber an den gewässern wo ihr unterwegs seid umsetzen könnt so viel dazu ich würde sagen wir gehen jetzt langsam mal in die phase hinein wo die sonne weg geht die köder sind jetzt wieder alle scharf nach den aktionen heute nachmittag bin mal gespannt ob jetzt noch was nachkommt und für die nächsten tage habe ich mir dann schon wieder neues filmprojekt für euch ausgedacht diesmal aber wieder mehr praxisanteile und bis dahin sage ich alles gute bis dahin euer benny